BITCH I WANT A PARTY LIKE CHRIST COLLINS Jindo Banik meine Freunde heute wieder mal ein kleines Naruto Video Ich dachte mir heute letztes mal war PVM also gegen Player vs Monster Und diesmal hab ich mir gedacht ich bin wie PVP Also Player vs Player So erstmal ab zum Hokage Hokage-sama Hokage-sama Schnelles Spielchen Let's go So gib ihn online Digga besiege den Boss Das sollten wir hinkriegen Auf einmal Stampel ich fick mein Leben ja Was das Gib mir Stampel und gib mir Kick hä Jetzt werde ich mal Dann gehst du immer auf mich Digga Ja B**** Hahahaha Geht extra ich bin ich schwör Tubi-ramas 10 plus S Er sagt, warum geh ich überhaupt nicht vorhin in den Häusern? Ich hab gerade gar nichts. Nein, ich bin tot, Digga! Ja, ich schlieb noch, ungut. Nein! Oh, was? Ja, Digga! Oh, Eke! 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 Warte, warte. Warte, jetzt sauerlich. Oh, was war das für ein Churiken? Oh, was Digstunner, Mann. Das war Hammer-Op. Ja, jetzt gibt's Rechte aus, Mollniko. Ich weiß nicht, mein Gott. Wo ist er, wo ist er? Ihhh, wo bist du da? Ihhh, Digga! Dein Churiken wie? Oh, diese Philopema. Was bringt deine Churiken? Jaaaa, was für ein Lacka. Jaaaa, was für ein Lacka, Digga! Ich muss Chidori einfach... Welche Dings-Attacke ist das? Ey? Hä? Diese Stun-Attacke, welche ist das? Ich, äh, kann ich dir so nicht sagen. Wie, nein? Nein! Ich weiß trotzdem nicht. Er hätte mich trotzdem, der Rot. Ach, da hab ich mich falsch dynamisiert. Und? Nein! Ich habe keine Karte. Ja, ich hab gerade Hammer durch jemanden. Bam! Der nächste weg. Boom, boom, Digga! Hau rein! Chidori auf ihn, Lika! Oh, Ulti, hau rein! Hau die alle weg! Dreh! Ah, was ist du denn jetzt hier? Oh, das hast du stabil gemacht, Lika! Richtig stabil! Ja, ich hab den so einfach zugegeben. Oh! Boah, das war so close! Wie eklig! Dein Shuriken! Digga, wenn man die Musik fiel, tauer heftig, Digga! Komm her, wo bist du? Juuu, was ist das für ein Angriff, Digga! Ey, wie du bist erster, wie lucky man! Oh, ja, gut, er ist gewohnt! Kein, nicht lucky ist! Gekonnt alles! Ah, 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 ah! F*** meine Haft, Digga! So, wo bist du? Oh, ja! Schrier hat doch... Baaam! Nein, Digga! Jürgen, dein Shuriken kriegt Toppe oben! Er hat 10 Stück oder so, Digga! Hat ja gesehen! Weißt du, ich will Shidori aufladen, Digga, in der Zelle, wie pick, 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 immer mit der hässlichen Shuriken! Ja, alles klar, Digga! Ja, Togiramas vor mir, Digga! Ja, es kann nicht sein, wenn du so bist! Ich schwör, ich geh jetzt nur auf dich! Verloren! Verloren! So, jetzt kann ich auch wieder zum Schild wechseln! Hehehehe! Ja, das ist doch egal! So, da ich mich jetzt extra heile für die letzte Runde, Digga! Go! Go, Niko, go! Wo ist Niko? Wo ist Niko? Ich geb ihm in der Bratpfanne auf! Ich geb ihm in der Bratpfanne auf! Geh mal bitte weg! Ja, Naruto, gib mir Dings doch! Also, ich bin gar nicht so weg! Lack, Digga! Mit der Bratpfanne auf! Wow, ey! Scheiße! Glück, das war echt Glück, Digga! Ich war immer gut! Bei dieser andere Bratpfanne! Das war Bratpfanne-Glück! Ich schwör, ich will nochmal mit Bratpfanne! Jaaa, 13 Kills! Wann hast du die denn gemacht, Mann? Na, ich hab dich... Digga, ey? Davon warst du 10 Mal, Digga! Nein, was redest du? 3 Mal höhste! Ha, dann hat sie gesehen, wie ich die geflext hab! Tschüss! Na, Digga! Alles gut! Am Anfang hab ich echt reingesagt... Das war's für heute.